So Leute, wie ihr schon seht, ich habe noch mal so einen Runniger Alien-Gens-Standard-Showdown-Booster. Auch da ist das letzte. Und ich sehe schon, ich will es direkt wieder schließen. Ich sehe Draxos. Scorch of Crook. Ich will es direkt wieder schließen. 4 Mana, 7 7 Trampel. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kommt er getappt ins Spiel und er enttappt nicht während der Tab-Segment. Jedes Mal, wenn man Historic Spell spielt, enttappt er. Der ist so bad. Ich will es direkt wieder zumachen. Spoiler. Re-Pleasanten-Angel. 4 Mana, 3 3 fliegend. Und in der Abgie, wenn man 5 oder mehr Leben bekriegt hat, kriegt man 4 4 Engel mit Wachsamkeit fliegen. Das ist cool. Und für 5 Mana, während bis zum Ende des Zuges, kriegt er plus 2 plus 2 und Lifelink. Ach, damit er 5 Leben nimmt, damit man... Ahhhh. Cool. Das ist eine coole Karte. Ja, wir haben eine Planes. Diese letzten ja Planes. Und... Oh, voll. Voll rare. Demon of Catastrophs. 4 Mana, 6 6. Und wenn man ihn castet, muss man eine Kreatur opfern. Fliegen Trampel. Das ist cool, dass da eine Fall mit drin war. Wie gesagt, der Draxos hätte nicht sein müssen. Der Engel ist cool. Der Dämon ist auch cool. Es hat gleich ne Curl. Warum sind die denn ein bisschen gecurl? Naja, ich weiß nicht, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablex8. Ciao, ciao.